Es gab sowas selbst nicht. Kennst du Gokko? Kannst du immer so zentfischen? Es gibt keine Gokko. FassilPP Es gibt keine Blut zu spüren. Eure Sonnenstelle Körger. Körger. Ja, meine Jünger sind ja nur Blut zu spüren. So etwas zu tun. Wow! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Oh, das war's für heute. Soll ich jetzt mal, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 2, 3, 4, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 Vielen, 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 vielen Dank für diesen wunderbaren, herzlichen Empfang. Zu unserem nächsten Song würden wir gerne ein, zwei Worte sagen. Und zwar betrifft der nächste Song jeden Einzelnen für euch. Aber besonders bei ehemaligen Mitbewohnern. Wo ist er? Hier. Denn in jedem von euch, in jedem von euch und in dir ganz besonders, steckt ein kleiner Pyromaner. Viel Spaß mit Pyromania. Und zwar 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 mit Pyromania. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Ich bringe dich auf your favorite Lübe, Lübe, Lübe Lübe, Lübe, Lübe Lübe, Lübe Komm von mal, wo ich hierher Lübe, Lübe, Lübe Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Wir selber haben die nicht gehört, aber wir hoffen, einige von euch haben die gehört. Bei uns hat man die falsche Sendezeit genannt. So, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dieser Serie, genauso viel Spaß hier. Viel Spaß mit Funeralize! Musik 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 Wir kommen ja nicht jetzt schon zu unserem letzten Song. Genau, wir kommen jetzt schon zum letzten Lied. Finden wir auch scheiße, aber ist halt so. Jedenfalls hat dieses Lied eine extrem lange Geschichte für unsere Band. Es ist nämlich eines der ältesten, das überhaupt jemals geschrieben wurde. Es ist ungefähr drei Jahre alt, oder? Es macht immer noch Spaß. Es kommt immer noch hin. Es ist aber nach wie vor einer unserer absoluten Lieblingssongs. Und festlegen möchten wir, dass ihr jetzt noch mal richtig Gas gebt, richtig ausrastet. Und dann nachteln wir uns an der TK auf 1 bis 12 Uhr hier. Viel Spaß mit Service Truck! $50,00 mulher Musik 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 So, Leute, ihr merkt, dass ich jetzt der Zeitpunkt, wo die Fans nicht wieder vorgestellt werden. Einfach, hinter uns, am Schlagzeug, der Mann an den Kesseln, der Mann fürs Probe, der immer weiß, dass es gerade abgeht. Am Schlagzeug, du kannst nicht! Was war das denn? Können wir das Einten einnehmen, oder was? Ich sagte, der Mann hinter den Kesseln am Schlagzeug ist Lukas Klauen! Das war schon viel besser. Gut, dann sind wir der Rechten, haben wir den Sohn unseres Bandmasters. Aber das ist nicht das Einzige, was uns das tut. Er ist auch noch unser Songschreiber, unser Interesse und unser Liedsänger. Einen herzlichen Applaus für Justus Horn! Ich glaube, man hat nicht verstanden, was wir hier tun. Aber das ist ja nicht alles. Das ist ja echt langweilig. Der Mann fürs Probe, der Mann fürs Tiefe, der Beste passiert auf dieser Welt! Nichts. Nix. Fuckin' Ja! Ja! Vielen Dank! Vielen Dank, Leute! Okay, weiterentend, jetzt nochmal richtig ausknüpfen. Jetzt nochmal richtig ansehen. Okay! Ja, 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 ja. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Red, 4 1, 2, 3, Red, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 5 Also meine Finger platzen auf. Also einen können wir noch spielen, aber danach macht meine Hand zu. Spielen wir nochmal den Pyraman. Spielen wir noch! Musik Das war's für heute. 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 Das war's für heute.